hey freunde willkommen zum billig batterie test wir haben hier eine major oder major von classic preislich gehen wir hier bei drei euro ich habe sie gekauft beim silvester verkauft bei meinen classic händler hellfire und einem haben wir hier 72 gramm auf neuen schuss sie hat auch unten einen klappfuß falls man das so sehen kann ja keine batterien haben ja immer die neigung um zu kippen aber hier haben wir einen schönen klappfuß ja ansonsten gibt es zu der batterie nicht viel zu erzählen ich wollte sie einfach mal für meine unter fünf euro batterie reihe haben falls du nicht wisst was das ist ich habe eine playlist da sind alle batterien drin die ich gezündet habe unter fünf euro dass man auch mal sieht okay was gibt es schön dass alle freunde bis gleich draußen zur zündung ja major oder major klasik ja kurzes vergnügen aber für drei euro würde ich sagen top gute auspacken klasik